Hallo und herzlich willkommen zum Monospiel The Park. Mein erstes Horrorgame, deswegen habe ich jetzt auch die Facecam drin. Da wollen wir mal gucken. New Game, ich habe mal reingeschaut, deswegen kann ich Continue machen. Override. Und ja, mal gucken, ob es gruselig ist. Also den Anfang, den ich gesehen habe, der war jetzt noch nicht so gruselig. Schauen wir mal. Ich habe auch extra hier das Lichtsunkel gemacht. Nur eine kleine Lampe angemacht, damit man mein Gesicht überhaupt sehen kann. Wo ist Mr. Bear? Ich habe ihn nicht gesehen, Mr. Bear, Callum. Bleib in der Auto. Geh und informieren. Alles klar. So, wir suchen den Mr. Bear. Wollen wir mal gucken gehen. Das hier ist der schöne Freizeitpark. Und da wird vermutlich unser Bär sein. Achtung, Patronen. Der Park ist jetzt geöffnet. Bitte, mach deinen Weg zum Fahrzeug, um zu deinem ehemaligen Gelegenheit. Bevor wir uns brauchen, preparem den Park für den Schuss. Okay, der Park ist geschlossen. Können wir ja gar nicht da drin nach dem Bär suchen. Callum ist geboren, den Tag, dass dieses Ort örtet. Das ist sein Lieblingsplatz in der Welt. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Jetzt kann ich meine Maus nicht mehr bewegen. Mega gut. Hm. Jetzt. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich bin jetzt hier im Fenstermodus. Ah, okay, jetzt geht's witzigerweise. Und irgendwie ist meine Maus weg gewesen, nachdem ich das Ding angeguckt hab. Sag mal, Kind, nimmst du Drogen? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your sons teddy bear. Hey, stopp. I think your boy just ran into the park. Ungezogener Bengel. Okay. Ab in den Park. Mit Rechtsklick können wir ihn rufen. Callum, ich hab dir gesagt, du wirst in der Fahrt warten. This way! Atlantic Island Park. Ja, sehr. Da ist was kaputt. Ist das ein Rauchmilder? Deswegen raucht der. What? Wir waren ganz schön lange auf der Rolltrip. Es ist mittlerweile dunkel. Ja, schön ist es hier nicht, ne? Hey! Hey! Callum! Lauf mal schneller. Callum! Where did you go? Das ist ein komischer Name. Callum! Callum! Uh, Blädermasel. Carrie Killian is sad on the floor. Das ist aber nicht nett. Woher kennst du mich? Ich denke, das gehört zu Callum. Ein Schuh? Aber nur einer. Kann doch nicht mit nur einem Schuh laufen, dann zieht euch nichts beide aus. Chad, der Chipmunker, oder? Nur ein drunken Mann in einem Schuh. Erstmal aufs Klo gehen. Geht nicht. Und für Frauen? Geht auch nicht. Okay. Ist da vorne die erste Attraktion? Ich höre die ganze Zeit Schritte, die nicht meine sind. Callum, bleib wo du bist! Ach, der ist ja in dem Bütchen. Ja genau, spring ins Wasser, komm zurück. So, warten wir mal auf das Schwänchen hier. Ja, Mann! Okay. Aber ist jetzt auch alles cool, oder? Easy. Hier so ein bisschen Freizeitpark-Atmosphäre. Ich liebe das ja, wenn der Freizeitpark so leer ist, dass man irgendwo anstehen muss. So wie jetzt gerade. Also, ich fühl's gut. Hänsel und Gretel. Sie waren sehr poor und hatten sehr wenig zu spüren oder zu spüren. Was werden wir von uns kommen? Was werden wir von uns? Der Schraubger fragte seine Frau eine Nacht. Ich erzähle dir was, Mann. Wir werden die Kinder in die Karte in die Höhe von der Bütchen in morgen. Und sie dort abhören. Nein, meine Frau. Ich kann nicht das tun. Das war der Mann. Dann werden wir alle vier sterben, du Böse. Du Böse. Hansel und Gretel haben ihre Eltern gesprochen, und Gretel begann zu weibern. Geh nicht so, Gretel, Hansel sagte. Er schickte aus der Hütte und hat weiße Stöne aus dem Grund, um seine Pocken zu füllen. Was ist das? Ich will das Maskottchen. Was ist da ein Typ drin? Steht nicht wirklich da wie eine Figur, oder? Ist da nicht sogar ein Reißverschluss in der Mitte? Hallo? Okay. Voll die nette Mutter. Verdammte Vögel. Jetzt kommt gleich das Knusperhäuschen. Hier passiert ja gar nichts. Ha, er hat Nippel gesagt. Einfach so. Nippel, 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 little Maus. Who is nibbling at my house? Nippel. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children. Who brought you here? Haben wir's bald mal geschafft? Komm in and stay with me. Voll langweilig hier drin. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old woman reminded them of their cruel mother. Come children, don't be afraid. Gretel, I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see? Nothing to fear here. Come inside. The old woman urged. And the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Hier muss doch gleich irgendwas passieren. Kann nicht sein, dass ich hier durchfahre und nichts passiert. Time passed and poor Hansel refused to eat. Fearing the day that the witch would eat him. The witch for her part grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool! Oh, Alter. Wie kommt das auf einmal von der anderen Seite, ey? And she moved, to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumble forward, into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel. And together they lit a fire beneath the oven. And as she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. Happy End. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay. Hm. Waren die nicht noch satt von den Süßigkeiten? So, wo ist jetzt mein kleiner Junge? Malam, woher gingst du? Malam, woher gingst du? Malam, woher gingst du? Malam, woher gingst du? Das war ein bisschen eklig. Ich will hier raus. Hey, da ist der Ausgang. Das ist der Eingang. War ich jetzt ehrlich, ich soll noch ne Runde fahren, ne? Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Ah, Gott sei Dank. So, wo ist der Stinker? Zwingt mich hier diese langweilige Fahrt zu machen. Zwingt mich raus. Those poor children. The whole world against them. The forest. The birds. The old witch. Even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister. Hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like cloths. Wait, Callum! Callum! Get you, Mom. Another accident. This place. Arschloch. Ach, das ist mir zu viel. Ihr könnt ja Pause machen und das dann lesen. Oh, ist das unser Teddybär, den wir suchen? Können wir den nicht mitnehmen? Scheinbar nicht. Scheiß Hupe, er hat mich voll erwischt. Vorsicht. Kann ich nicht verstehen. Klingt ein bisschen wie ein Dalek. Exterminate. Können wir nehmen die Abkürzung hier mitten durchs Gras. Hui. Das sieht doch schon viel lustiger aus der Hände. Oh, ein Riesenrad. Da müssen wir auch noch mitfahren. Das alte Ding macht mir das Blut in die Hände. Das macht mich nervös. Der Typ hat einfach... Boah. Das ist einfach zu viel Text für sowas. Ich will ja dann auch weiterspielen und mich erschrecken und nicht die ganze Zeit nur lesen. Auch wenn da ganz bestimmt spannende Geschichten da aufstehen. Aber das müsst ihr dann für mich machen. Einfach Pause drücken und lesen. Ich kann nicht weitergehen, wenn es bewegt. Dann machen wir es mal schneller. 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 Wow. Ist es noch schneller? Ich glaube nicht. Halt mal das Ding mal an. So. Reicht das schon? Machen wir noch einmal das halt reichen. All dein Maul. Riecht es doch gar nicht. So. Wer macht das jetzt wieder schneller? Ob da noch drin ist. Ist da einer drin? Da steht wirklich einer drin. Habt ihr das gesehen? Irgendwas steht da drin. Also der sah ja eher witzig aus. Hm. Da ist einer. Seht ihr? Da, 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 da. Ah, man kann es nicht wirklich sehen. Machen wir noch eine Runde. Ich würde da noch mal reingucken. Jetzt muss es langsam ist. Nein. Verdammt. Nee. 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 Keiner mehr da. Ein Polaroid-Foto. Komm. Wieso liegt da ein Foto von mir und meinem Kind rum? Keiner, nee. Keiner. Keiner. Für Callum war es nicht anders. Er war so real, so da, und so weit von meinen Erwartungen. Und sie verletzten. Und als sie in Schrauben gingen, diese eine traurige Idee wurde eine neue Basis. All das Liebe, das wir uns verletzten, all das Wärmste und Gute, die folgte, wurde auf einen einzigen, traurige Idee. Ist ja jemand drin. Das ist, was ist das, eine Bäckerei und da steht jemand hinterm Tresen? Und das ist ein Teddybär! Ich such doch einen Teddybär, wieso komme ich hier nicht rein? Ja, wie gesagt, Pause drücken und lesen. Okay, der hat mich gekriegt. Okay. Schneller laufen. Das ist ja ein nettes Maskottchen. Hm, macht nix. Ist das auch so ein Spiel, wo nicht wirklich was passiert? Ich finde, dafür ist die Atmosphäre irgendwie nicht gruselig genug. Ich gebe mir ein paar Jump-Scares. Ich will mich erschrecken. Ich will schreien. Okay. Da ist der Oktotron. Und da ist das Riesenrad gewesen. Wir sind jetzt bei Bumper Cars. Wir hätten also auch zum Riesenrad gehen können. Wo sind wir angekommen? Da war das mit dem Wasser. Da ist der Eingang. Okay. Und wir sind links eher genau wegen dem Jungen. Alles klar. Ich würde sagen, dann gehen wir danach mal zum Riesenrad erst, oder? So. Hey. Da geht's dann. Examen. Was war denn das für ne Untersuchung? Ah, ich hab noch nie gesehen. Ah, ich hab noch nie gesehen. Okay. Können wir jetzt mit den Dingern fahren? Nee. Da hinten ist eins an. Ja. Oh, accident report. Did the injured employees see a doctor? Yes. A truck driver. Blah. Blue. Okay. Okay, was ich sagen wollte. Oh, ich hab ein bisschen Gänsehaut. Ähm. Eigentlich müsste man die Dinger lesen, weil das gibt garantiert mehr zur Atmosphäre. Aber irgendwie hab ich keine Lust. Okay, aber das Ding hat uns jetzt hier so einen Weg gezeigt. Wahrscheinlich kommen wir jetzt zum Riesenrad, oder? Ja. Oh. Es ist eine Sache des öffentlichen Rekord, dass ich als Mutter ein Fehler bin. Mal, als Callum sehr klein war, habe ich ihn in der Fahrt geblieben, während ich einen Erwanderung fuhr. Ich erinnere mich gar nicht, was es war. Als ich zurückkam, war der Sheriff neben dem Fahrrad, als mein Junge durch das Fenster. Ich mag nicht, was ich in seinen Augen sah. Verständlich. Er schraubt mir das Ticket, ohne ein Wort zu sagen. Nur das Schrappchen von seinem Pen auf dem Notepad. Als er es mir gab, hat er unsere Augen geschehen. Ich weiß, was du durchfälligst. Meine Daughter Helen, sie... hat nur ein paar Hilfe. Hilfe war ein Blatt von Lichter. Hilfe war 1000 Volt, die durch meine Beine. Hilfe ist Angst. Ich würde lieber sterben. Ich wollte schreien. Ich würde lieber, dass du deine Schlüssel holst und mich schraubst. Aber in der Zeit sagte meine Mache, Ja, Sheriff. Okay, also sie hat sich Hilfe geholt. Und das war das, was wir eben gesehen haben mit den Blitzen. Schocktherapie. Wir werden es vermutlich noch erfahren. Aber ich würde sagen, die Zeit ist rum. Wir machen erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.